Heli 4KW On-Grid Windgenerator Istabris Beschreibung Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Windgenerator-Hubschrauber-Serie Istabris vorstellen zu können. Der neu entwickelte Istabris Heli 4.0 ist ein Windgenerator für den langfristigen professionellen Einsatz, der auch unter extremen Bedingungen automatisch zuverlässige Energie liefert und Sie einen Netzwechselrichter benötigen. Die großzügige Dimensionierung der Generatorkomponenten und die Wärmeableitung durch die Nuten im Gondelgehäuse sorgen für eine geringe Wärmebelastung, die auch bei hohen Umgebungstemperaturen eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die Generatorwelle läuft in permanent geschmierten, robusten Rillenkugellagern aus Edelstahl. Das Tragelement der Heli-Serie ist mit Azimut-Schwenklagern ausgestattet. Preis etwa 4.100 Euro.